Moin Moin und Herzlich Willkommen Zurück! Erstmal Knochen eingelegt. Erstmal hier der Maus wieder auf den Arsbänken. Willkommen zurück hier zu... Gott. Wir haben richtig viele Farze in der letzten Folge gesammelt. Nämlich 3900. Wir haben das, das, diese Reihe und das schon auf Max. Aber jetzt besser geht nicht. Wir können natürlich diese hier, Erholungszeit von Fälligkeiten und Angriffs und Bewegungstempo 100. Beleb dich einmal wieder. Das glaube ich auf jeden Fall. BAM! Wir werden jetzt immer wiederbelebt. Leute, wir werden wiederbelebt. Und als nächstes... Also eigentlich müssen wir eins von den beiden nehmen, damit wir auch eins von denen kriegen. Zum Beispiel Schriftrollen zerstören. Damit wir da mal ein paar Goldstücke kriegen. Oder mit der Alpail-Barriere jedes Mal, wenn wir tauschen. Auch wenn es nur eine Sekunde lang ist. Wir machen Angriffs-Tempo, oder? Und für die 250... Äh... Abklinkzeit. Vor allem, da steht nicht mal Abklinkzeit. Da steht Abl... Ablklinkzeit. Ablklinkzeit. Das ist einfach ein L. Das schreibt einer. Und schreibt so Ablkl... Äh... So. Haben wir da drauf. Welchen Kopf? Natürlich. Bomb. Welches Item? Natürlich. Welchen Segen? LP gewinnen, wenn Gegner besiegt wurde. Lebenslauf? Nice on ship. Direkt hier rein. Pam. Pam, 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 putsch, patsch. Hallo, guten Tag. Da bin ich auch schon. Da bin ich wieder weg. Und da bin ich wieder. Und guten Tag. Taktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktaktakt Oh! Noch mehr Anschluss! Da bin ich und da bin ich wieder weg und plötzlich bin ich bei dir, beiß dich in den Arsch! ahhh Moin! Moin! Hey! Was ist denn, oder? Ich muss da ein bisschen nochmal hin und her kommen, ne? Sonst wird man ja hier... Oh, neuer Kopf! Sonst wird man ja die Potenziale der Schädel gar nicht richtig bekommen. Prost! Aua! Ba-bam-bam-bam! Hey, hey, hey! Das machst du aber nicht! Hey, hey, hey! Zack! Rutsch! Guten Tag! Und weg, Benny! Und weg mit dir! So, wir sind nochmal voll und läuft ja schon mal gut. Kein Grad! Leben! Leben! Leben wäre natürlich schon mal nice. Das nehmen wir auch direkt. Mehr können wir uns nicht leisten. Au! Guten Tag! Auf geht's! Aua! 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 Den hab ich nicht gekommnet! Den hab ich nicht gekommnet! Tschung, 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 tschung! Wui! Ah, daneben! Ah, daneben! Tschung! Spann! Aber dann sieht man eigentlich, dass er riesig schwarz wird! Mach mir nichts an Schaden! Äh, nö! Feuersturm! Mh, statt Gelb! Feuersturm! Mal ausprobieren! Ja, gleich direkt beim Gegenruf! Hallo! Und tschüss! Feuersturm! Alter, vor allem, das brennt einfach immer noch! 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 Brennt, das brennt, das brennt! Oh! M guaranteed them height, aber das brennt! Deswegen sind da immer noch vorne stagnant! Ja, also wir hauen schnell zu! Das find ich gut! Feiertab... Global Patreon! Hä, die brennt ja gar nicht! Betrug... ...betrug... Herz auch, die brennt! F 스페, der los läuft! Ja..., da wird auf der Sorte steht immer noch ein Specsaidried. Die sind immer noch voll. Ein neuer Kraftschild. Statt denier. Was haben wir hier? Schneekanonen. Angriffstempo. Zum Leben. Angriffstempo. Angriffstempo haben wir aber auch nur, wenn wir Schaden kriegen. Quatsch. Der kreift viel zu lang. Der ist aber schon ein bisschen besser. Oh, neuer Kopf. Da kriegen wir ja jetzt einen einzigartigen oder legendären. Am. Keiner braucht euch. Keiner will euch. Auch nur wieder Kacke. Egal, da ist die neue Chance. Direkt neuer Kopf. Let's go. Let's go. Alter, einfach mit Einschlafen. Komm. 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 Und Patsch. Und Patsch. Und Patsch. Manchmal muss man auch ein bisschen Patschen. Ich verstehe manchmal nicht andere Sprachen als Patschen. Oh, wir sind voll und beim Boss. Schreibt doch mal jetzt in die Kommentare, werde ich getroffen oder werde ich nicht getroffen? Mittlerweile weiß ich ja, äh, wie da was funktioniert. Hallo. Uh. Uh, ah, ich wurde getroffen. Und? Hattest du recht? Jetzt wurde ich nicht getroffen. Aber der bringt doch gar nichts weg. Wurde auch noch nicht getroffen. Ich wollte getroffen. Oh Mann. Hm. Ah Mann, oh. Ihr seid doch eine Scheiße. Wrennt doch einfach. Wird doch einfach. Aua. Ich werde sogar richtig viel getroffen, meiner Meinung nach. Ich werde schlipp einfach. Viel zu viel getroffen. Einfach weggehen. Äh, schwächer. Hämmer einfach mit. Boing. Ich würde mal einen Rockstar wieder haben. Das war viel cooler. Weiß ich. Obwohl, er hier nutzt sie. Hallo. Neufähigkeit. Aber die kriegen hundertprozent mehr Schaden, wenn die nicht getroffen. So. Was? Boing. Hoin. Hoin. Wee! Herr Picker-Winner! Ihr werdet mit deinen Tellern! Hälter Schinken! Feuer! Pam! Pam! Watsch, watsch! Hey, ich hab doch... Ich versteh' Läuft hier grade wieder ein bisschen alles... Also das ist wieder nicht so ne Runde, wo ich sag' Wo ich ein gutes Gefühl hab, muss ich sagen Magiechen! Ja, wir gehen ja heute anscheinend Voll auf physisch Weniger Schaden ist immer gut Heil und Braui! Brauchen wir das auch nicht Verfolgung Wind Gehen wir das? Machen wir ja noch nebenbei ein paar... Hö, wer schießt die Runde, ne? Pam! Hey! Hey! Viel zu viel Chaos, viel zu viel... Ja, alles viel zu viel... Ach, da sind die Pfeile! Guck mal, da landen immer... Komm, ich hab mal geheimliche Pfeile! Ja, das ist nicht mehr so schwer... Wieso? 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 Wo soll ich dir das denn aus? Wieso? Was ist mit dem Pfeil? Beim Schießen fällt ein Pfeil auf einen zufälligen Gegner. Auf einen zufälligen Gegner. Der wird so oder so getroffen. Beim Sprinten? Beim Schießen? Da steht aber Schießen. Guck mal, aber ich muss... Er sagt beim Schießen. Was ist denn das für eine Übersetzung? Das ist für mich Schießen. Er ist weg. Neuer Kopf. Ihr könnt jetzt einfach hier stehen und so machen. Als Beispiel. Meinert. No Lamping. Hey. Scheiße. So jetzt kommen die zwei Dinge. Okay. Das war's. Das war's. Wenn ich wiederhole. Weiss mehr. Ja, ja. Jetzt wird er gleich oben. Kann. Viel schneller müssen die sterben. Viel, viel schneller. Kannst du denn sterben? Aua, ich sterbe ja fast. Mann, Mann, Mann. Bei so einer Übersetzung wäre es ja krass. Maximales Leben. Erlittener Schaden verursacht. Angriffe und Einfrier. Leben ist mir tatsächlich wichtiger als er hier, ne? Sorry, ich brauche das Leben. Kaiser, ich habe keine 30. Nein, das ist nicht. Komm. Ich krieg die trotzdem. Ah, bitte. Oh, ein Heiler. Dann heile mich mal. Und? Es ist... 25%. Oh, nein. Auch nur wieder Kacke. Dreck mit dir. Aber jetzt haben wir drei. Dreck mit dir. Es sind wieder so viele Deküren. Oh, viele... Es sind schon wieder so viele. Es sind schon wieder so viele. Aua. Aua. zufällig noch mal heilung na gut so was verdoppelst du denn schönes noch mal 35 leben wir haben fast 35 leben naja wenn wir voll wären wenn wir voll wären so einmal heilen wir sind auch so gut wie vor dem wasserschädel ja den wasserschädel muss ich ganz ehrlich sagen finde ich schon besser so beim sprinten brauchen wir nicht kritische angriffe erhöhen brauchen wir nicht obwohl jetzt haben wir ja magie eine wand noch mal herz noch mehr leben ach so was war vorweg krit ist da nur der eine beim schießen ja obwohl eigentlich das ne beim schießen fällt ein fall da braucht kein schwein aber Ich mache jetzt mal die Kleinen hier alle. So, es sind aber noch 20 Gegner. So, welche Vielkeit hat er eigentlich? Steigende Flutgarten, folgt eine Flutwelle. Haja! Pam! Wie viele Gegner, Alfa! Toll! Was ist das denn für eine Witz-Attacke? Fiii! Pum! Hatsch! Pum! Wir hauen schon echt schnell zu, ne? Ja, das muss ich hier anlassen, ne? Welche Ego war er weg hier? Aber wird Schnelligkeit reichen für den Bass? Weiß ich nicht. Ja. Noch ein Köpfchen! Pum! 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 Wir können alle eindrehen hier. Nice. Wir sind auch fast voll. Das gefällt mir auch jetzt. Oh, sehr gut. 302 Leben haben wir nämlich. Müsste eigentlich gut gehen. Wenn ich jetzt mich auch auf Ausweichen konzentriere und so, müsste das eigentlich... Vielleicht schon wieder 4 Uhr. Nach früh. Ich wollte nur mal kurz eine Runde spielen. Und im Bett dann YouTube gucken. Aua, habt ihr nicht gesehen vor lauter Feuer. Aua. 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 Das ging besser, ne? Aua. Aua. Es geht doch tot, ey. So, wir müssen nämlich deine Schwester noch rumbringen. Das nervt mich viel mehr. Hi. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin auch viel zu sehr auf Angriff auf. Egal, weg. Weg. Und noch so gut wie toll. Wir sind einfach zu schnell für den Boss. Ja, renn bloß weg. Wird gegen Kraftschädel getauscht. Wir haben Kraftschädel. Aber warst du dafür schon wieder? Crit? Machen wir Crit dafür. Na gut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt wieder. Und wir sehen uns nächste Folge. Schreibt doch mal in die Kommentare, schaffe ich so, wie wir sind, die Chimera in der Nähe. Lass ein Abo da am besten, um es herauszufinden. Kein Video mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns. ici mal in die Kommentare. Schrauben müssen uns. Ich 30 минут spielen in Tadeum. Schrauben.